Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich wollte euch ein paar Fragen stellen wegen Haruka in der Folge. Und zwar, ihr könnt euch auswählen. Ich werde nachher eh noch eine kleine Infovideo dazu machen auf YouTube. Ihr könnt wählen zwischen, dass Haruka böse wird, weil ich möchte ein bisschen eine kleine Ding machen, also das Ding, dass irgendjemand in Gefahr ist oder sowas, dass Bunny zu Black Salamon wird, Haruka zu Black Uranus, Black Neptun, Black Venus, noch jemand, Black Fighter. Es gibt hunderte verschiedene und also wenn Black Uranus ist, wäre das auf Bunny Love Haruka. Und Momentan, Black Sailor Moon wäre auch auf Love, ja, auch auf Haruka Love wäre beides. Dann Sailor Venus, also Sailor Black Venus wäre bei Ray und Minako. Und, ähm, Fighter wäre, Moment, wäre bei der siebten Staffel. Ihr könnt euch auswählen. Schreibt mal in die Kommentare runter, was ihr am meisten wollt. Bis dann, eure Banyan Taruka. Tschüss. Tschüss. Tschüss.